Hallo, ich bin Naomi Susan Isaacs, internationale Charisma Consultant, Coach und Speaker und Gründerin des Institute of Charismology in München. Und heute möchte ich euch was zeigen, wie man aus einem ganz, ganz trockenen, simplen Satz eine ganze Geschichte bauen kann. Der Satz ist, das Auto ist grün. Hä? Spannend, oder? Das Auto ist grün. Aber was passiert, wenn ich dann sage, das Auto ist grün? Das Auto ist grün. Jetzt entsteht plötzlich ein Bild, weitere Möglichkeiten. Aha, eine Geschichte. Oder, das Auto ist grün. Hm, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Das Auto ist grün, aber wie ist jetzt der Scooter? Oder so. Oder wiederum, das Auto ist grün. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das Auto ist grün. Ja. Oder? Das Auto ist grün. Biedersprich mir nicht. Das Auto ist grün. Ich bestehe darauf. Und so kann man, wenn man ganz einfach verschiedene Worte in dem Satz betont, eine ganz andere Geschichte machen. Und man kann es sogar ein bisschen mysteriös machen. Das Auto ist grün. Das Auto ist grün. Also vor einer Stunde war es noch nicht grün. Oder. Das Auto ist grün. Was für Bilder entstehen da im Kopf. Ich wollte ein rotes Auto. Oder mein Gott, na die haben ein grünes gekauft. Und ich habe gesehen. Wie auch immer. Es entsteht eine Geschichte. Und wie Geschichten entstehen können, bringe ich euch in verschiedenen Workshops bei. Wir können das üben, den ganzen Nachmittag mit ganz trockenen Texten und schauen, was wir für spannenden und teilweise sehr lustigen Geschichten draus machen können. Der Workshop heißt Trockener Text, saftiger Vortrag. Und den gebe ich öfter im Jahr. Die Termine wirst du finden auf meiner Webseite unter Events. Und ich freue mich sehr, wenn es dich interessiert und du Lust hast, dabei zu sein. Für jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß. Und ich gebe dir noch einen Satz zum Experimentieren. Und der Satz ist Ich liebe dich. Tschüss.